Das ist Alma Schmidt. Sie ist Dozentin und braucht dringend einen Zeitschriftenartikel, den es in Würzburg nicht gibt. Hier hilft der kostenpflichtige Dokumentlieferdienst Subito. Subito versendet den Artikel für Frau Schmidt innerhalb von drei Tagen, bei Eilbestellungen auch innerhalb von 24 Stunden. Übrigens, Subito ist ein Dienst für alle, die wissenschaftliche Literatur benötigen und kommt deshalb auch für Studierende in Frage. Subito ist zwar teurer als die Fernleihe, dafür aber garantiert schneller. Auf unserer Homepage unter Infos von A bis Z ist die Subito-Startseite verlinkt. Dort muss sich Frau Schmidt zunächst registrieren. Sie ist Benutzerin und wohnt in Deutschland. Sie benötigt die Dokumente für Forschung und Lehre an öffentlich finanzierten Einrichtungen. Studierende wählen Studium. Sie klickt Universität an und wählt ihre Einrichtung aus. Jetzt trägt Frau Schmidt ihre E-Mail-Adresse ein und wählt ein Passwort. Danach werden ihre Adressdaten abgefragt. Als Studierender würde man die Privatadresse angeben. Wir empfehlen die Belieferung per E-Mail, aber nicht alle Artikel dürfen so versendet werden. Bei einer Lieferung per Post müsste Frau Schmidt die zusätzliche Zeit für den Postweg mit einkalkulieren. Aufgrund der Lizenzverträge kann eine Lieferung per Fax kostengünstiger sein. Nun muss Frau Schmidt noch den AGBs, den Urheberrechtsbestimmungen und der persönlichen Erklärung zustimmen. Wenn alle Daten richtig sind, kann sie die Registrierung abschließen. Alma Schmidt kann ihren Artikel jetzt bestellen. Sie meldet sich mit Kundennummer und Passwort an. In der Zeitschriftensuche von Subito gibt sie den Titel der Zeitschrift ein. In der Übersicht der Bibliotheksbestände tippt Frau Schmidt das Jahr ein, in dem der Artikel erschienen ist. Und sucht sich eine Lieferbibliothek aus, die den gewünschten Jahrgang vorrätig hat. Jetzt fehlen noch die Angaben zum Artikel. Als Lieferservice kann der dreitägige Normaldienst oder der 24-Stunden-Eildienst gewählt werden. Die Kosten richten sich nach Kundengruppe, Lieferzeit und Lieferart. Nachdem sie den AGBs zugestimmt hat, kann Frau Schmidt ihren Artikel bestellen. Nach maximal 72 Stunden erhält Frau Schmidt den Artikel per E-Mail. Es handelt sich entweder um ein PDF mit Wasserzeichen oder eine Grafikdatei, die über DRM bereitgestellt wird. Die Kosten werden von Subito monatlich abgerechnet. Da Frau Schmidt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Biologie ist, kann sie die Rechnung in der Teilbibliothek Biowissenschaften abgeben. Und wir übernehmen die Kosten. Diesen Service bieten wir für die Institute folgender Teilbibliotheken an. Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.